Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage einfach mal, dass Bitcoin bei 0,1 Millionen US-Dollar noch krass unterbewertet ist. Ja, ein historischer Tag. Diesen Donnerstag um knapp 6 Uhr morgens deutscher Zeit wurde Geschichte geschrieben. 15 Jahre nach seiner Entstehung ist ein Bitcoin erstmals über 100.000 US-Dollar-Welt. Die ganze Welt staunt. Und wie kam es dazu und wohin geht die Reise jetzt? Diese Fragen klären wir heute im Recap-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Recap-Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege und Bitcoin-OG David Scheider. 100k, was geht? Hallo Leute. Ja, Haktur 100k, Alter, würde ich sagen. Let's go. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to 111 Dollars. It's an all-time high and it's continuing to rise. I've seen it break three times today, went up to 110. And this is the highest that it's been. It's ridiculous. It's ridiculous. Ja, lange ist es her. 100 Dollar, das ist Isaac Miller, einer der frühen Bitcoiner im damals noch sehr kleinen Space, zum überraschenden Allzeithoch von 100 US-Dollar. Ein Typ alleine in seiner Bude vor seinem Computer, der 100 Dollar feiert. Bitcoin damals. Ja, er ist auf jeden Fall eine Legende. Bitcoin damals ist irgendwie so, wenn man mit Leuten darüber redet, ja, komisches Internetgeld für dubiose Zwecke, Drogen, Waffen. Und ja, habe ich auch schon gehört, World of Warcraft Subscriptions im Darknet. Ja, und Bitcoin heute. Für Krypto-Fans ist es ein historischer Moment. Der Bitcoin hat zum ersten Mal die 100.000-Dollar-Marke geknackt. Susanne Daubner-Ultras. Ja, Susanne Daubner gratuliert Krypto-Fans, finde ich auch sehr süß. Sogar in der Tagesschau. Bitcoins, neues Allzeithoch ist überall in den Nachrichten. Mehr als 100.000 US-Dollar ist ein Coin wert. Das digitale Gold der Zukunft, nachdem die ganze Welt lächzt. Eine weite Reise, die vielleicht auch der Sinneswandel einer sehr einflussreichen Person sehr verdeutlicht. Und zwar Larry Fink, Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Hören wir uns mal an, was er noch 2017 über Bitcoin und Krypto denkt. Ja, er wird damals auch gefragt, ob es Interesse an Krypto von seinen Klienten gibt. Und die Antwort lautet Genau. Und heute ist Larry Fink einer der größten Bitcoin-Bullen der Welt. Wir können uns mal seinen Sinneswandel, ich glaube bei CNBC, irgendwann im Laufe des Jahres anhören. Ist schon auch ein bisschen ein Larry, oder? Es ist ein bisschen ein Larry, aber hinter diesen Worten steckt viel Gewicht. Ja, viel Geld vor allem. Viel Geld vor allem. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Und der am 12. Januar gelaunchte Bitcoin-ETF von BlackRock ist mittlerweile auch wie viel wert? 45 Milliarden Dollar. Also was heißt, so viel ist er wert? So viel Geld ist da reingeflossen. Und spannenderweise gab es neulich das Flippening, nämlich der Bitcoin-ETF hat den Gold-ETF, den es schon wesentlich länger gibt, innerhalb von einem Jahr überholt. Also überholt im Sinne von Assets under Management. Bitcoin-ETF ist mehr Kohle als im Gold-ETF. Ja, ich habe auch gelesen, dass es der erfolgreichste ETF aller Zeiten ist. Und damit kommen wir auch schon zu den Gründen, die für die krasse Rallye von Bitcoin auf 100.000 US-Dollar verantwortlich waren. Einer davon, die Bitcoin-Spot-ETFs. Ich glaube, mittlerweile sind die mehr als 100 Millionen US-Dollar wert von den zwölf Vermögensverwaltern, die sie sozusagen anbieten auf der Welt. Aber was noch, David? Ja, kommen wir mal ein bisschen zu den Hintergründen, warum Bitcoin jetzt tatsächlich so stark gestiegen ist. Eine ist natürlich die institutionelle Nachfrage. Also die größten Vermögensverwalter der Welt, Mavenga, hat ausgelassen. Das ist so eine Ausnahme. Die trauen sich irgendwie noch nicht, aber die werden da auch reingehen. Da gehen eigentlich alle gerade in Bitcoin rein, alle Hedgefonds, Banken teilweise auch. Und da braut sich sowas zusammen, was man eigentlich als perfekten Sturm bezeichnen könnte. Und da kommen wir später noch drauf, aber aktuell sind wir gerade erst am Anfang. Zu nennen ist neben den genannten Gründen natürlich auch das Halving. Viele, die uns schon länger zuhören, werden wissen, dass sich bei Bitcoin alle vier Jahre die Inflationsrate halbiert. Das ist zuletzt geschehen im Frühjahr dieses Jahres und es dauert natürlich so ein bisschen, bis dann tatsächlich das verknappte Angebot auch am Markt ankommt. Also wenn wir uns überlegen, Anfang des Jahres wurden pro Tag noch ungefähr 900 Bitcoin geschürft und jetzt sind es eben 450. Und je länger diese Verknappung eben dann schon am Markt ist, desto größer wird der Effekt logischerweise. Weil nach zehn Tagen haben wir dann nicht 9000, sondern nur 4500 Bitcoin und so wird das eben exponentiell relevanter. Und man sieht eigentlich in der Vergangenheit immer ein halbes Jahr nach dem Halving geht es dann so richtig los und dann geht es auch noch eine Weile so weiter. Das ist einer der Gründe. Ein anderer ist auch einfach ein gutes makroökonomisches Umfeld. Das mag jetzt erstmal merkwürdig klingen, aber vor allem, weil wir in Europa und in den USA immer von Rezession reden. Und in Europa sind wir jetzt gerade so knapp vorbeigeschlittert, aber wirtschaftliches Wachstum haben wir nicht gerade. Wie kann es dann sein, dass Assets wie Bitcoin gut performen? Naja, die Antwort ist, die Notenbanken müssen ja darauf reagieren oder zumindest reagieren sie so in dem Finanzsystem, in dem wir uns befinden. Und das wird in der Regel mit sinkenden Zinsen gemacht, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Und das ist dann logischerweise ein inflationäres Umfeld, weil Liquidität steigt am Markt. Und diese freie Liquidität sucht sich häufig den Weg in knappe Vermögenswerte und Bitcoin ist der beste Wertspeicher der Welt. Und logischerweise fließt dann auch viel Kohle in Bitcoin. Genau. Und einer der weiteren Gründe ist dann vor allem noch dieser Herr hier. Ja, das war Donald Trump für alle, die über Spotify zuhören. Der neue US-Präsidentin im Januar seine zweite Amtszeit antritt. Er hat der Kryptobranche viel versprochen. Und es gab auch schon eine große politische Entscheidung, die für extremen Optimismus sorgte. Die Nominierung voll. Paul Atkins als neuer SEC-Chef. Warum ist das so positiv für Krypto, David? Ja, vielleicht erst mal für diejenigen, die jetzt nicht wie wir negativ im Rabbit Hole sind. Was ist eigentlich die SEC? Die SEC ist die Börsenaufsicht in den USA. Steht für Security and Exchange Commission. Also das ist so die BaFin in den USA, die Finanzaufsicht. Und die hat eben Auge darauf, dass die Branche, die Finanzbranche im Allgemeinen, also auch die Kryptobranche, sich an die Regulierungen hält. Und aus Sicht des aktuellen SEC-Chefs Gary Gensler hat sie das zum überwiegenden Teil nicht gemacht. Die Folge daraus ist, dass der im Prinzip alles verklagt hat, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und darunter sind jetzt nicht nur irgendwelche ICO-Scams, sondern auch wirklich namhafte, große Projekte. Unter anderem Coinbase und Kraken. Und das sind die zwei größten Krypto-Exchanges der USA. Coinbase ist sogar börsengelistet. Das heißt, es war so ein großer Gegenwind für die Kryptobranche, die sich da eigentlich nie so richtig entfalten konnte. Und mit Paul Atkins ist jetzt jemand nominiert. Man muss dazu sagen, der hat noch nicht zugesagt. Also es ist nur Trumps Wunsch, dass der SEC-Chef wird. Da hat es jemand noch nicht geäußert. Also Stand jetzt ist unklar, ob er es wird. Aber das hat schon gereicht, um die Kryptomärkte zu beflügeln. Weil die Hoffnung jetzt ist, dass jemand, und das ist Paul Atkins in der Vergangenheit gewesen, nämlich Krypto-Lobbyist. Also da wechseln jetzt quasi die Seiten. Und eigentlich einen bullischeren SEC-Chef kann man sich nicht wünschen. Okay, das ist crazy. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Grund, weswegen alle so bullisch sind durch Trump. Die strategische Reserve. Kannst du dazu mehr sagen? Auf jeden Fall. Ja, das ist zumindest eine Aussage, die Trump mindestens einmal getroffen hat. Nämlich bei der Rede, wo wir ihn gerade auch gehört haben, hat er irgendwann gesagt, dass er darüber nachdenkt, eine strategische Bitcoin-Reserve zu bilden. Mindestens aus den Coins, den 200.000 Coins, die die USA schon halten. Wenn nicht mehr. Das ist unklar, was passieren wird. Und im Wahlkampf verspricht man viel, wenn der Tag lang ist. Vor allem, wenn sehr viel Geld in die Wahlkampfbücher von Trump aus der Kryptobranche geflossen ist. Das ist nämlich der Fall. Dann verspricht man noch umso mehr. Aber es gibt Gesetzesvorstöße, beispielsweise von Cynthia Lammes, einer republikanischen Senatorin, die die Goldreserven der USA zum Teil gegen Bitcoin eintauschen will, dass die USA dann eben eine Million Coins halten könnten. Das ist alles sehr im Konjunktiv. Aber das ist trotzdem ein krasses Signal, wenn die große Volkswirtschaft der Welt offen darüber nachdenkt. Übrigens auch die Volkswirtschaft, die die Weltreservowährung druckt. Also der US-Dollar ist die stärkste Währung der Welt. Und wenn die jetzt schon darüber reden, dass Bitcoin eventuell auch legitim ist, zu halten, dann ist das schon ein krasses Signal. Wie geht es denn dem Netzwerk jetzt mal, wenn wir also diese ganzen wirtschaftlichen Sachen aus Acht lassen? Wie geht es denn dem Netzwerk? Dem Netzwerk geht es gut. Dem Netzwerk geht es meistens gut. Und eigentlich geht es dem Netzwerk immer gut. Jockgesell ist mein Netzwerk. Aber man kann das ganz gut. Und ihr seht es gerade vor euch. Die Hashrate ist ein gutes Signal dafür, wie sicher das Netzwerk ist. Also die Hashrate ist so die akkumulierte Rechenpower der Miner. Und die ist in den letzten Monaten eigentlich konstant gestiegen. Konkurrenz zum Bitcoin-Kurs. Also man sieht dann auch irgendwie im Juni, Juni, Juli war so ein Dip nach unten. Da war ja irgendwie die lange Konsolidierungsphase nach dem Halving. Aber jetzt drehen die Miner wieder richtig auf. Und das ist auch logisch. Weil sich jetzt durch Mining gerade scheinbar sehr viel Geld verdienen lässt, weil Bitcoin einfach so viel wert ist. Und das ist auch einfach ein gutes Zeichen fürs Marktsentiment. Und ja, mich würde nochmal deine Meinung interessieren. Du bist ja, wie ich verstanden habe, nicht in Bitcoin investiert. Aber wie nimmst du so diese aktuelle historische Mark von 100.000 wahr? Ärgerst du dich, dass du nicht eingestiegen bist? Oder wie geht es dir? Also ich ärgere mich, dass ich meinen einen Bitcoin damals 2017 verramscht habe, um fragwürdige ICOs zu kaufen, die dann teilweise nie in meiner Wallet gelandet sind. Also Outright Scams. Ich habe meinen Bitcoin verscammt. Ja, darüber ärgere ich mich. Aber ich kann mich trotzdem freuen über diese historische Marke und alles. Weil letztendlich ist es für mich auch ein bisschen mehr, als was in meinem eigenen Portfolio passiert. Es ist einfach ein krasser Meilenstein und Ritterschlag. Und ja, ich freue mich. Ja, man muss ja auch sagen, die Altcoins ziehen ja auch mit. Also es ist jetzt nicht so, dass hier Bitcoin allein auf weiter Flur ist. Natürlich, die Dominanz steigt auch ein bisschen. Aber der ganze Markt ist gerade im Aufwind. Also das ist eigentlich völlig egal, in welches Projekt man investiert ist. Zumindest kurzfristig. Zumindest kurzfristig, ja. Langfristig wäre ich mit meinem Bitcoin besser gefahren. Und damit kommen wir nämlich auch schon zur Zukunft. Nach den 100k kommen jetzt die 200k. Interessanter ist ja immer der Blick in die Zukunft und den wollen wir jetzt wagen, David. Du hast uns ein paar Charts mitgebracht. Wohin geht die Reise denn jetzt? Ja, Wollo. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage einfach mal, dass Bitcoin bei 0,1 Millionen US-Dollar noch krass unterbewertet ist. Warum 0,1 Millionen US-Dollar? Ja, weil mein persönliches Ziel langfristig die Million ist. Ganz klar. Also Bitcoin fügt eigentlich seit seiner Existenz immer wieder eine Null hintendran. Das ist ein exponentielles Asset und kein lineares. Dieses Video, was wir am Anfang gezeigt haben, wann war das? 2013 oder so? Ist jetzt auch nicht ewig her. Sind elf Jahre und seitdem sind halt drei weitere Nullen dazugekommen. Das ist schon verrückt. Ja, das ist verrückt. Natürlich braucht es immer mehr Kapital, um eine weitere Null dran zu hängen. Und wenn wir bei einer Million sind, dann hätte Bitcoin ungefähr die Market Cap wie Gold. Und das ist das nächste Interessante. Da haben wir euch auch ein Video mitgebracht, nämlich von FED-Chef Powell, der mittlerweile auch in Bitcoin einen Konkurrenten zu Gold zieht. Ja, das war der Chef der mächtigsten Zentrums. Zentralbank der Welt. Und das kommt natürlich schon in einem Adelstitel gleich, wenn der sagt, dass Bitcoin ein Competitor to Gold ist. Also ein Konkurrent zum wichtigsten Wertspeicher der Menschheit seit 6.000 Jahren ist Gold eigentlich das Medium, wo Wert drin gespeichert wird. Und wenn der jetzt sagt, und übrigens die Zentralbank hält zwar selber kein Gold, aber mit Fort Knox verwahren die zumindest das Gold in der US Treasury. Also auch für die Zentralbank der USA spielt Gold eine große Rolle. Das ist also schon eine unerwartete Aussage auf jeden Fall. Ob er jetzt mit dem Dollar konkurriert oder nicht, kann jetzt der Zentralbank-Chef das so nicht sagen. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Also deswegen ist meine These, dass solange Bitcoin weniger wert ist als Gold, Bitcoin unterbewertet ist. Aber wenn ich ihn richtig gehört habe, ich war ein bisschen verwirrt über seine Aussagen. Er hat gesagt, es ist ein spekulatives Asset und kein Wertspeicher, also ist es wie Gold. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Also ist scheinbar Gold für ihn kein Wertspeicher, aber okay. Da hast du genauer zugehört als ich. Ja, aber klar, das würde so sein. Hältst du das für realistisch? Also wenn ich dir jetzt sowas erzähle, denkst du dann, Junge, du spinnst doch. Also chill mal. Oder was macht das mit dir? Das macht mit mir, also vor ein paar Jahren, als ich noch nicht so tief in der Materie drin war. Ich bin ja vielleicht so ein bisschen so ein Larry Fink, nur halt ohne die 10 Millionen US-Dollar in meinem Rücken. Wenn mir das, als ich gestartet bin, jemand vor, wann war das, sechs Jahren oder so, gesagt hätte, dass Bitcoin auf eine Million gilt, hätte ich gesagt, Digga, ja, zieh nicht so hart an der Bong. Also, nein, also vollkommen unvorstellbar, die Person muss verrückt sein. Und mittlerweile denke ich mir so, wenn ich mir alles das angucke, worüber wir jetzt auch hier geredet haben und was in den letzten Jahren passiert ist und Bitcoin bei 100 Dollar vor, weiß ich nicht, 11 Jahren und jetzt bei 100.000 Dollar, mittlerweile denke ich so, ja, alles ist möglich. 1 Million, 13 Millionen, whatever. Also, ja, ich halte mittlerweile alles für möglich. Also, ich weiß nicht, ob ich dann auch verrückt klinge für andere Leute. Ich sage immer, ich habe keine Ahnung, wie hoch Bitcoin gehen kann. Das ist auf jeden Fall 100.000, das ist noch nicht vorbei. Ja. Und tatsächlich, ihr müsstet jetzt eigentlich auch gerade vor euch sehen, eine Grafik, die nennt sich Bitcoin Long Term Power Law. Das sind so drei Linien, eine grüne, eine rote, eine lilane. Ich versuche es mal zu beschreiben, für die, die jetzt gerade über Spotify oder Apple Podcast zuhören. Das ist meiner Meinung nach eigentlich langfristig gesehen das beste Bitcoin Kurs Modell. Und da sind wir gerade, es ist so eine Regression zwischen Zeit und dem Bitcoin Kurs. Und Power Law bedeutet einfach nur, dass zum Faktor Zeit, das ist die x-Achse Bitcoin im Schnitt so und so, also es gibt einen Multiplier zwischen Zeit und dem Kurs. Und der ist extrem genau, also der hat ein R², das ist so das statistische Bestimmtheitsmaß für die signifikante, für den Zusammenhang von über 0,9 und das ist eigentlich, gibt es das kaum in der Welt. Also das ist so ein statistisch signifikanter Zusammenhang, dass es schon ungewöhnlich ist. Aber es hat sich in der Vergangenheit als ziemlich plausibel herausgestellt. Und da kann man so ein bisschen mit rumspielen. Da gibt es dann einen Upper Bound, so einen Fair Value und Support. Und da sehen wir gerade, also 100.000 ist auf keinen Fall überbewertet aktuell. Das ist eigentlich der faire Preis für Bitcoin. Das Ding ist nur, in Bullenmärkten kommt irgendwann eine Euphorie und dann shootet es halt weiter hoch. Wo das hingeht, keine Ahnung. Ich bin niemand, der irgendwelche Kursprognosen machen kann und will. Also langfristig schon, aber kurzfristig innerhalb von einem Jahr kein Plan. Ob es 120, 150 oder sonst was ist. Aber alles, was ich sagen will, ist, dass es keine verrückten Zahlen sind. Und natürlich wird es dann irgendwann auch wieder runtergehen. Und dann geht es halt immer so weiter, wie bei Bitcoin es in der Vergangenheit so war. Und das ist zumindest so mein Denkmodell. Wenn man bei Alt Market Cap zum Beispiel schaut, da sieht man dann den Vergleich der Marktkapitalisierungen. Beispielsweise ist Gold, das dort aufgeführte größte Asset der Welt, hat eine Marktkapitalisierung von 17 Billionen Dollar. Und Bitcoin ist immerhin schon auf Platz 7 und hat sowas wie Silber und Saudi Aramco, also dem saudischen Ölkonzern, schon hinter sich gelassen. Man sieht aber auch, da ist noch massiv Raum nach oben. Also Gold ist immer noch fast neunmal so viel wert wie Bitcoin. Und dann frage ich mich, wenn man diesen Use Case von Bitcoin als digitales Gold hat, warum soll dann Bitcoin weniger wert sein als Gold? Und deswegen komme ich darauf, dass Bitcoin zumindest noch von hier so einen neuen X machen kann und dann irgendwann eben so viel wert ist wie Gold. Das ist so zumindest mein Denkmodell. Und auch haben wir euch noch den MVA-V-Indikator mitgebracht. Sorry an alle, die uns jetzt nur zuhören, dass hier echt viel Charts ist, aber schaut doch bei YouTube mal vorbei. Okay, auch da kann man sehen, es ist noch Luft nach oben. Das ist ein ganz guter für mich Indikator, der anzeigt, wenn Bitcoin krass überbewertet ist. Also wenn der realisierte Preis, zu dem Menschen wirklich Bitcoin kaufen, zur Marktkapitalisierung des Verhältnisses zu hoch ist, dann droht sich irgendwann auch die Korrektur an. Aber auch da sind wir noch relativ weit entfernt. Wir sind bei einem Score von drei ungefähr. Und ja, so ab sechs, sieben sollte man schon aufpassen. Aber natürlich gibt es auch Risiken. Beispielsweise, wenn man sich den Fear and Greed Index anguckt, dann ist der aktuell bei, na gut, 72. Gestern war er noch deutlich höher, bei 85 oder so. Aber es gab ja eine kleine Korrektur. Entsprechend, ja, also auch im Bullen-Märkten ist immer mit Korrekturen zu rechnen. Das gehört dazu. Das ist klar. Es geht nicht immer nur nach oben. Korrekturen wird es geben und es wird auch größere Korrekturen geben. Und dann wird es interessant sein, wie sich die neuen Anleger und Anlegerinnen am Markt eben verhalten. Wenn die jetzt vielleicht bei 100.000 reingegangen sind und dann rutscht Bitcoin vielleicht doch nochmal auf 80.000, halten die oder verkaufen die dann. Das wird man dann sehen. Ja, Retail, auch ein großes Thema. Google Trends kann man sich auch nochmal angucken. Wenn man zum Beispiel das Suchwort Bitcoin eingibt in den letzten zwölf Monaten, dann kriegt man ja ein ganz gutes Gefühl, ob wir so in so einer Hype-Phase sind oder nicht. Und aktuell, ja, geht die Aufmerksamkeit auf jeden Fall wieder nach oben. Das merken wir auch bei BTC Echo auf die Zugriffszahlen, auf unsere Artikel. Da sind wir jetzt immerhin bei 75% Aufmerksamkeit. Am größten war es am 16. November, als, glaube ich, das Allzeithoch geknackt wurde. Aber auch da ist nach Luft nach oben. Aber das ist dann vielleicht so ein Zeichen, dass Retail wieder reinkommt und dann den Markt nochmal richtig aufheizt. Bisher, das haben wir auch schon gesagt, waren es vor allem institutionelle Anlegerinnen und Anleger. Und ja, jetzt kommen eben auch die kleinen rein. Und last but not least habe ich euch einen Chart mitgebracht. Das ist der Cycle Compare. Ja, da sieht man mal, also so, wenn man die letzten Zyklen, also Zyklus heißt Halvingzyklus plus vier Jahre. Also das ist immer so eine Epoche, ein Zyklus, sagt man. Ich hatte ja schon anfangs erwähnt, dass ungefähr ein halbes Jahr nach dem Halving es dann losgeht mit dem Preisanstieg. Das sehen wir jetzt. Die Frage ist, wie lange geht es noch weiter? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal das letzte Halving 2020 bis 2024 extrapoliert und dann, ja, wenn jetzt Bitcoin sich genauso prozentual verhalten würde, dann sehen wir irgendwie einen Top bei 450.000 Dollar. Das Ding ist nur, dass es sowas wie Diminishing Returns gibt. Also klar, es dauert immer länger, um diese Preise auszubilden und wir brauchen immer mehr Kapital dafür. Das heißt, ja, also keine Ahnung, ich will keine Prognose abgeben, mag ich echt nicht machen. Aber auf jeden Fall wird es weniger sein als diese 450.000. Alles andere würde mich sehr überraschen. Aber wo wir landen, keine Ahnung. Ich meine, am Ende des Tages muss sich, glaube ich, jeder fragen, warum er oder sie in Bitcoin investiert. Also ich hatte diese Goldthese aufgemacht und ich glaube viele, wenn man jetzt so sieht, boah, ein Bitcoin 100.000 Dollar, jetzt ist zu spät. Aber wie willst du dieses Gut wirklich, also monetär ausdrücken? Keiner weiß genau, was Bitcoin ist. Es gibt eigentlich keinen guten Bewertungsmaßstab. Und seit dem ersten Block ist Bitcoin eigentlich in so einem weirden Preisfindungsmechanismus. Also denkbar ist irgendwie jeder Preis von 0 Dollar bis 100 Millionen. Also wie willst du zum Beispiel den Wert des Internets ausdrücken? Oder den Wert von einer Erfindung wie Elektrizität oder so? Kannst du nicht machen. Das ist halt erfunden worden. Es gibt keinen Vergleich. Das heißt, es ist einfach nur pures Angebot und Nachfrage, womit irgendwie die Menschheit versucht, dieses Ding irgendwie einzuordnen, was Bitcoin ist. Und da befinden wir uns gerade auf dieser großen Reise. Und natürlich ist man auch jetzt nicht zu spät dran, um das Internet zu benutzen oder Elektrizität. Also nutzen wir immer noch. Genauso in zehn Jahren noch Bitcoin nutzen. Deswegen seid ihr nicht zu spät. Ja, David, vielen Dank für diesen Überblick und all die Charts und alle Analysen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn für mich. Ich denke für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Wir sind am Ende für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Man kann echt nur sagen, was für eine Woche. Und man, es bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt passiert. Vielleicht hören wir uns ja in ein, zwei Jahren wieder und wer weiß, wo Bitcoin dann steht. Können wir ja nochmal rückblicken. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, erreicht ihr uns wie immer unter podcast.btc-echo.de. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis in sieben Tagen und macht's gut. Bis in sieben Tagen und macht's gut.